Hi, schön dass ihr wieder einschaltet hier bei Destiny TV. Ich bin der Sven und wie letzte Woche schon angekündigt zeigen wir euch diese Woche den dritten Questschritt für auf den Spuren der Sterne 3 in diesem Fall für die exotische Waffe Agar's Zepter und im Video könnt ihr sehen wo ihr alle Atlas Bilder diese Woche finden werdet. Ich hoffe das Video erleichtert euch die Suche und es gefällt euch. Wenn es so ist dann lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst und über einen Daumen nach oben würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020